wenn wir schon mal da sind ein bisschen finanziell lohnen sollte sich das auf jeden fall schon dann kommen wir noch ein bisschen im raum reiten bisschen uran ab forschungszwecke keine waffen forschungszwecke einfach forschungszwecke was haben wir denn hier kupa naja willst du noch was finden definitiv forschungszwecke wird auch noch viel wert gescannt da ist der tempel nicht ganz auf den kopf gefallen braucht dem gewirr gar nicht folgen und da hat immer alles riesige tempel wo noch mehr uran ab hat mir wird ja viel zu erklären wir gucken wo der eingang ist jetzt müssen planeten hobbigen im pilota na komm da gibt es schon erfahrungspunkte na spiel scheint mehr anziehungskraft jetzt schon wieder überladen ich hab noch platz noch platz ich suche irgendwie den eingang muss ja irgendwo einen eingang geben wir krauchen da irgendwie mal hoch und oben findet sich der einfach leichter da ist der engang da ist der engang auf den laden so was machen wir spielen erstmal werter vielleicht schaffen wir in der folge alle mit einem rutsch nach dem lad können so öffnen die ringe zeigt mir das wo ich reinspähen soll so 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 Wow, ey. Na, das kann nicht wahr sein. Na, kommt Barretty gleich wieder lang gesprungen. Die legt wieder ein Sternbluter an hier. Zwei. Zwei. Mit Quantum-Essenz einhalten. Die Frontier. 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 Abgeschlossen. Nächste Kraft aus dem Jenseits. Indium. Indium D. Die Frontier. Die Frontier. Die Frontier. Die Frontier. Starting to Dimension. Huh. 202. Kann man machen. Auch gehen auf die Map. Ich glaube das ist einfacher. Ah, da muss ich hin. So. Ja. Reisen. Echt nicht, ich hab sie aber. Tschüss. Duh. Guck mal, vielleicht schaffen wir die Folge eigentlich alle zu holen. Dann natürlich ein Hit. Guck mal, da muss ich hin. Dann stornen. Ist hier irgendwas, was wichtig ist? Nö. Den Willen, da muss ich hin. Oh, ich hab nur. Ich hab mich ja fast da hingerafft. Besen. Besen brauche ich. Besen brauche ich. Und was, äh. Darf ich hier ressourcen? Ach so, reisen. Nehmen wir doch glatt mit. Guck mal. Oh, Gold. Komm, gib mir das auf. Komm, gib mir das auf. Ich muss ja schon anfangen, jetzt zu warten. Wir sind alle so voll zerstört, ne? Das sind auch irgendwie Copy and Paste-Timpel, ne? Komm. So, jetzt müssen wir noch einen Eingang suchen. Hier zum Beispiel. Ja. Mal rauf in den Laden. Einfach aufmachen. Ich will noch ein paar mehr abzugrasen heute. Alter, verschwindet doch gleich wieder die Bubble hier. Na komm, sie. Na komm, da wird wieder lang geschwommen. Na, 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 na. Was ist da? Was ist da? Ja. Ja. Das ist die große Sache. So, ich habe einen Skillpunkt. Gehen wir mal her damit. Ähm. Scan. Panik-Zoologe. Brauche. Kampf-Sprengstoff-Treffsicherheit. Winschüchtern. Situation. Ne, ne. Verhandlungsgeschick. Fäuschung. Körper-Training. Ich glaube, ich brauche mehr. Mehr an Technologie. Ziel-Steuerung. Star-Pack-Training. Machen wir mal eine schnelle Reise draus. WELCOME HOME, FOLKS. Ihrapprendet. F Weise ist gut. Beautiful. Und das war's. Das war's. Är aber Single. Kon warning. 상이 gut. Kann ich nicht abholen? Komm, versuche ich mal so vom Hummel zurück. Komm, hörst du ab? Komm, ich schieße nicht weg. Okay, ich bin kaputt. Ich habe keinen Bock auf diese Kämpfe. Aber die sind nicht geil. Da muss ich wahrscheinlich so viel umskillen. Oh ne, ey. Ich will die Kraft erst nochmal holen. Ja, Nerv. Echt. Halt für den Scheiß. Ich will keine Dockfights haben. Ich will einfach nur von A nach B reisen. Aber ich finde diese echt nicht gut gemacht. Sie sind halt nicht spaßig. Ich weiß, es fühlt sich immer nur an, als dass das Schiff sich irgendwie auf der Stelle dreht. Jetzt siehst du diese Dynamik da drin. Ich will das überspringen. Warum kann man das nicht überspringen? Ich habe schon 500 Mal gesehen. Ja, jetzt kommt der Sternblüter. Bla, 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 bla. Mal sehen. Mal sehen. Ich habe so viele Fragen zu mir. Ich weiß nicht, wo wir anfangen. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Die ganze Käse hier nochmal machen muss. Und hier. Ja, reisen. Abheben. Tschüss. Guck mich an. Glück. Jetzt sind keine Dockfights hier. Ähm. L. Sind aber noch drei. So. Wo muss ich hin? Kann ich da so hin? Erkundet, 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 erkundet. Oh, landen. Das ist einfach kein Kampfschiff. Das ist einfach nur meine Ladezone. Oh, ich möchte gerne meine Taschen immer leer machen. Okay. So, was dann? Das bleibt an Bord. Alles. Inventar. Was sonstiges. Das wird es erhalten. Kleidung. Sam Co. Abenteuer Hut. Ah, nee. Zurück, zurück, zurück. Frontier. Kleidung. Oh, Pid. Mach mal den hier. So. So, wollen wir in den Tempel. Ja. Ach da. Leuchthand. In der Grundwärter, was bist du eigentlich für einer? Oh. Und entdecken wir erst mal den Planeten hier. 50 Prozent. Okay, Kupfernickel. Nehmen wir erst mal mit. Jagen. Jagen. Ja, okay. Dann lassen wir sie sagen. Da ist Chlor. Ich will hier links. Ich weiß, dass ich da hin muss. Chlor. Ich weiß. Und... Schauer. Ich weiß. Kurz Regeneration, okay. Aber nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Dennoch noch Blatt. Daneht sieht echt schon bedrohlich aus. Da war Morph. Wollen wir euch alle scannen? Jaja, ihr macht das schon, ich bin dann mal weg. Das ist toll. Okay, jetzt holen wir die Folge ein Stück länger, so kein Problem, ich will jetzt in dieser Folge Defter einsammeln und mich schon mal auf dem Weg nach Blatt machen. Gucken wir mal. So, aktivier das Ding, wo müssen wir hin? Jetpack ist schon nicht mega nützlich. Ob das die Frühjahrsskild? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal gleich, falls es wieder irgendwelche Raumschiffe angreifen wollen. тonkentächer an. Gucken wir mal wieder. Gucken wir mal wieder. So, wie soll es hier gut machen? So, ist es wichtig. Alles gut, Pfi. Los geht es dir. Aber wir sind es wichtig. ich muss eine quantum instanz enthalten erhalten und hier wollen ich laufen und tschüss waren es noch zwei die 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 der der die der Ne, Standkarte. Wo muss ich hin? Da bin ich. Das ist aber nicht meine Mission. Mission. Okay. Okay. Das ist der mir bekannte Raum, ja. Ja. Hier befinde ich mich ja. Hä? Mission? Die Kraft ist im Jenseits. Oh. Hykon. Oh. 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 Äh, wieso bleib ich jetzt eigentlich schon genug in der Bahn? Der plantet noch nicht früh können. Kann ich einfach hinreißen, Kurs festlegen, ja sprung, gehen wir mal hin. 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 So, wie, wie heiß ist die Mission? Also, 6c. Nein, nein, ich will mich erstmal umgucken. Genau, nochmal Lee. Reißen wir da hin. Können wir jetzt von Hand suchen? Dann suchen wir die halt von Hand. Helix hatte ich auch schon mal irgendwo. Keine Anomaly. Dann. Ach du Scheiße. Hm. Helix hatte ich auch schon mal. Da ist der, da ist der Tempel. Jetzt müssen wir nur Sternensystem Helix finden. Jetzt müssen wir schon mal, auf dem Punkt wiederholen. Denkst du Druck. Weil da ist ja nicht so schlimm. Dann werden wir nicht so schlimm. Dann kind. Das war's für heute. Helix hatte ich auch schon mal. Achso, kann ich das abbauen? Boah, ich geh voran. Ja, machen wir ein bisschen länger, die Folge. Dann haben wir sie einmal alle. Ja. Ja, dein. Ja. Und bei das. Ein Teil von mir möchte bleiben und studieren diesen Ort, aber ein Teil von mir ist energetisch, um zurückzukommen. BAM! Du bist willkommen, alle! Oh, ja! Ich weiß, wie es ist! Ja. So, jetzt müssen wir uns das Helix-System suchen. Das ist ein Ort, wie früher. Na. So. Äh. Helix. Helix. Das Helix-System. Okay. Auf Karte zeigen. Okay. So, Helix-System. Jetzt mal rauszoomen. Die Jungen. Helix, war ich doch schon mal. Was ist das? Helix. Helix. Ich war doch da schon mal. Ich bin der Meinung, ich war in dem System schon mal. Ich bin hier. Wölf. Nee. Was ist das? Ich bin der Meinung, ich war da irgendwie schon mal. Ich bin der Nelson. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist relativ in der Nähe. Oh, die Crimson Fleet. Okay, dann müssen wir uns das nächste Mal mehr drum kümmern. Muss ich das mal selber suchen. Okay Leute, ich würde erst mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich suche meinen Planeten in Ruhe und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, ciao.